matthäus immer noch matthäus oder bei der linie ja 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 1 zu 0 für deutschland wo die hat noch mal nachgeholfen aber der ball war schon hinter der linie nach dem schuss von lothar matthäus wir kriegen das sicher noch mal zu sehen das ist natürlich ein hervorragender auftakt hier die szene in zeitlupe abgewehrt zunächst noch mal matthäus am ball und hier sehen wir es jaha pro dom sehr geschickt er ist einer der erfahrten